Größtes Kompliment, wenn sie squirtet. Hm, sehe ich nicht so, Digga. Auf keinen Fall. Squirten ist ja nicht ein Zeichen, dass sie heftig kommt, sondern squirten können Frauen auch theoretisch gesehen auch nicht auf Befehl. Aber, weiß nicht, also ich finde squirten nicht relevant. Ich sage euch ehrlich, ich habe mit ein paar Frauen geschlafen und eine einzige davon hat gesquirtet. Und ich habe gedacht, die hat mich angepisst und ich bin ausgerastet. Ich habe gedacht, die hat mich voll gepisst. Und das fand ich überhaupt nicht lustig, Alter. Und dann hat sie gesagt, oh, ich weiß auch nicht, was das ist. Da habe ich die Monte gemacht, nachgesagt, weib, schweig still. Dann habe ich die Monte gemacht, kurz mit einem Finger reingetaucht. Ne, ist keine Pisse. War jung und unerfahren.